Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Orgelpatsch. Ich begrüße ganz herzlich die Studierenden und die Lehrerinnen, uns als Konservatore und uns herzlichen Dank für euer Engagement und für die Gestaltung dieser feierlichen Mittag, jede Stunde, mittägliche Stunde. Ich möchte mich bei dir bedanken, lieber Herbert, für dein langjähriges Engagement, sei es bei den Namen Musiken, sei es beim Orgelpatsch, aus diversen anderen kinder musikalischen Aktivitäten. Davon lebt unser Konservatore und tragen wir unsere Arbeit nach außen. Ein herzliches Dank. Dankeschön für mich. Und auch ein herzliches Danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie ziehen unsere Mittagsstunde der Krönung von Charles III. vor. Also, das ist eine sehr schöne Geste auch für uns. Danke. Also, wenn wir nicht kennen, ich bin, mein Name ist Herbert Bolltrauer, Peter Organist und auch Urgellehrer und Konservatoren für Kirchmusik und freue mich sehr, dass endlich wieder mal ein Bratsch nach so einer Corona-Zeit stattfinden kann. Wer die Gebräuche an euch geht, nach dem Konzert am besten durch die Seitentür, die die Kirche verlassen und zum Paar-Saal gehen wird, gibt es dann das Essen. Aber zuerst die Kunst für die Kirche. Ich bin. Vielen Dank. 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 Amen. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aplausos 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 Aplausos